Moisanit ist nicht nur günstiger als Diamant, er ist auch nachhaltiger als Diamanten und das macht den Moisaniten unverwechselbar. Ich bekomme immer so viele Komplimente, wenn ich den Moisanit trage und jedes Mal, wenn ich den Leuten dann sage, dass es sich um Moisanit und nicht um Diamant handelt, dann ist jeder total geschockt. Ich bin schockverliebt. Schaut es euch selber an.